Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas Final-Podcast Episode 365. 365. 365. Man kann jeden Tag im Jahr eine Folge machen. Ja, das ist eigentlich so eine Art Jubiläumsfolge dann. Ja, ich bin Jörn Schaas und ihr seid es nicht. Seid es nicht. Ich habe mir einen kleinen Frosch eingefangen. Der sitzt in meinem Hals. Wieso machen die schlechtesten Froschgeräusche der Welt? Das ist bekannt. Willem. Ja, wir wollten über Deichpot sprechen. Ich habe jetzt nach der Veranstaltung drei Stunden Mittagsschlaf gemacht. Und jetzt fühle ich mich einigermaßen in der Lage, das dann auch zu reflektieren. Für uns fängt sowas ja schon immer Wochen vorher an mit To-Do-Listen schreiben und uns Gedanken machen. Was wollen wir denn, also was es zu essen geben soll, ist meistens klar. Ja, Chili. Deswegen ist die Veranstaltung ja überhaupt erst entstanden, weil es Chili geben sollte. Aber dann so am Donnerstag ging es in die heiße Phase. Denn da kamen Ralf und Rüdiger vorbei und wir haben das Zelt aufgebaut. Haben Beleuchtung reingemacht und Strom verlegt und erst Lebensmittel eingekauft. Und die Getränke kamen an. Und dann am Freitag haben wir nochmal… Wissen alle, die das hier hören, was das Deich… Also mir braucht es nicht mehr Einleitung. Ich verlinke einfach die Folge von 2019, wo wir das erste Mal Deichpot gefeiert haben und da erklären wir es ja. Und wer das nicht weiß, was Deichpot ist, der kann einfach die andere Folge hören. Es ist eine Gartenparty mit Podcast-Leuten und Chili. So, habe ich schon erklärt. Freitag mussten wir noch ein bisschen arbeiten und danach gab es dann noch Restarbeiten am Zelt und am Garten. Und wir haben letzte Einkäufe erledigt für die Pizza und das Chili. Und wir haben Brötchen und Würstchen gekauft. Und dann kommen tatsächlich schon die ersten Gäste an. Das war ganz aufregend. Ja, die ersten Gäste sind angekommen, als wir noch gearbeitet haben. Das stimmt, die saßen auf einmal schon im Garten. Ich war noch auf dem Friedhof und die waren schon hier. Genau. Und vor allen Dingen kamen dann abends auch irgendwann Marco und Anne an mit ihrem Sky-Trailer. Und da konnte ich endlich mal den Flatjack testen. Das ist ein Luftkissen, mit dem man Niveauunterschiede ausgleichen kann. Entschuldigung, aber wenn das linke Rad vom Bogenwagen höher steht als das rechte. Wenn jetzt Leute wieder so, ich sag keine Namen, aber Leute so dumme Witze machen, dann sag ich auch, hier, ich hol den Flatjack, hier mal ein bisschen die Niveauunterschiede ausgleichen. Entschuldigung. Ja. Richtig witzig. Naja. Doch. Ist schon ein bisschen witzig. Niveauunterschiede. Ja. Ja, und dann war halt so, Freitagabend ist immer so ein bisschen Soundshake oder Pre-Party oder wie auch immer man das nennen will. Wie war es denn für dich? Was? Na, Freitag. Ich war noch ziemlich fertig von der Arbeit, aber es war auch schön. Überall war Licht. Rüdiger hat die ganzen Lichterketten überall hingemacht, auch über meine Hängematten. Ich wollte unbedingt zwei Hängematten aufhängen. Ich habe ja manchmal einen kleinen Dickkopf, was habe ich Donnerstagabend dann noch ewig hin und her mit den Bändern getüdelt und wo im Baum und so, damit ich meine beiden Hängematten da aufhängen kann für die Chillout-Area. Oh nee, war schön, endlich wieder ein bisschen Leben hier in der Bude. Das wird auch mal Zeit. Ja. Was? Nee, ich dachte ich, alles gut. Schneide das raus. Ich dachte, ich muss rübsen einfach. Deswegen war ich so, bitte schneide das raus. Wehe, du schneidest das nicht raus. Ich schneide immer alles raus, was Leute rausgeschnitten haben wollen. Außer Hautunreinheiten, Melanome oder dergleichen, denn das müssen Fachleute machen. Schade, dass ich das auch rausschneiden muss, weil sonst keiner den Witz versteht. Okay. Ja, ich habe wohl nicht so viel geschlafen. Ja, das hast du nicht. Denn es gab ja auch 50 Liter Bier und eine Bar und die Bierbar-Bärbel. Es gab im Vorfeld Diskussionen über die Größe des Bierfasses, das Marco uns gesponsert hat. Hat er gesponsert, oder? Ja, zum Teil, wir haben es uns geteilt. Ja, dann einen halben Dank an dieser Stelle für das Bierfass. Ich weiß es auch nicht. Und dann, Marco war immer so, Bier wegkippen, man kann kein Bier wegkippen. Oh, wenn das so viel Bier ist, dann muss ich Bier wegkippen nachher. So, und dann haben wir gesagt, wir nehmen trotzdem das Größere. Das 50 Liter Fass. Das haben wir, weiß ich gar nicht. Haben wir entschieden. Und ja, dann war es immer, Gott, oh Gott, das Bier, das Bier, wenn das, Leute, ihr müsst Bier trinken, wenn das Bier nicht alle wird. Marco weint mehr Liter Tränen, als das Bier, das er wegkippen muss, wird er mehr Tränen vergießen. Spoiler-Alarm hat geklappt. Samstagabend um 10, glaube ich, war das Bier leer. Wir hatten ja zum Glück noch eine Angstkiste Köpi. War alles in Ordnung. Genau, die hat Christoph übrigens gesponsert. Bleiben wir noch einen Moment bei Freitag, denn wir haben Pizza gemacht und gegrillt und das war sehr, sehr gut. Ja, Sven war da als Überraschungsgast für einige von uns. Für dich? Ja, eigentlich alle wussten nicht, wussten alle anderen, dass er kommt. Nein. Wir haben es nur dir nicht gezeigt. Niemals könnten so viele Menschen etwas vor mir geheim halten. Ja. Sven Menke, der Kulinary-Cast. Ja, ich habe Pizza gemacht an meinem kleinen Pizzaofen und dann habe ich zu Sven gesagt, hier, kannst du mich mal kurz ablösen? Die nächsten fünf Stunden hat Sven die ganze Pizza gemacht. Die ganze Pizza hat er gemacht. Ich glaube, er hatte auch Bock. Er hatte richtig Bock. Ja, das war alles sehr, sehr gut und dann waren wir, also ich war gegen eins oder so im Bett und da war hier aber noch Alarm und dann kam, ist was passiert, womit keiner gerechnet hätte. Ich war nicht als letztes im Bett. Damit hätte keiner gerechnet. Ja, wir saßen nach unten mit ein paar Leuten. Ich habe dann auch, ich weiß nicht, ob das dieses Erwachsen ist, aber in letzter Zeit träume ich manchmal bei Partys abends schon so ein bisschen auf vorm Schlafen gehen. Ja. Ich habe sogar die Frühstückssachen hatte ich schon zurechtgestellt und so. Das ist dieses Erwachsen. Ja, ach, ekelisch, ich hasse das. Oder saßen wir noch draußen und in der Runde und ich war irgendwann wirklich so, okay Leute, ich gehe jetzt schlafen, weil ich hatte nur ein paar Stunden geschlafen, hatte zwei Beerdigungen, bla 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 und gearbeitet und hier und da. Und da war ich richtig stolz, dass ich die Hunde da verlassen habe und richtig früh ins Bett gegangen bin. Als ich im Bett lag, gucke ich nochmal aufs Handy und dann war es auch schon drei. Ja, genau. Samstag dann hat Jörn das Frühstück gemacht. Früh aufstehen. Ja, ich habe es nicht alleine gemacht. Das Einzige, was ich alleine gemacht habe, war Brötchen holen. Und dann haben wir also alles aufgebaut und dann gab es Brötchen mit Marmelade und Käse. Frühstück halt, ne? Nutella hier. Ich glaube die Cardis hatten diese verschiedenen Schuppencreme. Die haben noch, die sind noch komplett eskaliert durch einen italienischen Supermarkt und haben noch diverses italienisches Frühstück mitgebracht. Das eine, das war so ein bisschen mit Crunch drin. Ja, super geil. Also ich hoffe, dass er mit Crunch war, sonst ist mir irgendwas auf mein Brötchen gefallen. Ja, das kann man nur hoffen, dass das in dem, oh Gott. Ja. Nach dem Frühstück haben Menschen selbstorganisierte Ausflüge unternommen. Ja, wir hatten Vorschläge gemacht für Ausflüge. Also in Nordfriesland kann man viele schöne Dinge machen. Ich meine, das ist jetzt nicht halt Berlin oder so, aber das ist auch das Gute daran eigentlich, wo ich nochmal drüber nachdenke. Ja, in Friedrichstadt waren Leute. Wester Hever, im Leuchtturm. Ich bin mit ein paar durch Husum spaziert, gezeigt, wo es hier das beste Fischbrötchen gibt und so, im Hafen geguckt und so. Genau, ich glaube keiner ist mehr an Deich gefahren, war ja auch so, Deichradtour war diesmal nicht. Letztes Mal beim Deichpott waren wir auch am Deich tatsächlich. Und damit hat die Veranstaltung vielleicht die Berechtigung auf den Namen verloren, aber. Nein, wir leben ja in unmittelbarer Deichnähe. Also man kann ja. Ja, wenn die Deiche nicht mehr halten, ist es hier immer noch scheiße, meinst du? Nö, wenn die Deiche nicht mehr halten, also dann müsste es schon über acht Meter steigen, damit es hier auch scheiße ist. Okay, na gut. Ja genau, Tagesausflüge. Genau, ich habe die Chance genutzt für einen kleinen Mittagsschlaf und dann haben wir zwei Chilis vorbereitet. Übrigens, während wir auf den Tagesausflügen waren oder in unseren Aktivitäten, kam meine BeReal Benachrichtigung und ich habe mich sehr gefreut, dass sie in dieser Sekunde kam. Was ist BeReal? Ah, schön, dass du fragst, ja. Weil ich will ein bisschen Werbung machen, weil ich habe, es ist eine App, so eine Art Social Media oder man hat auch so eine Timeline und postet Sachen und einmal am Tag kriegt man eine Benachrichtigung, jetzt dein BeReal posten. Und dann muss man, man kann das auch später, aber das Game ist schon eigentlich, dass man es möglichst sofort macht und mit seinem Handy ein Foto machen, von dem, was man gerade macht. Also Selfie oder? Nee, es werden immer beide Kameras benutzt. Das ist das Coole, du fotografierst nach vorne und die Selfie-Kamera fotografiert dich und das Bild, das du nach vorne gemacht hast, ist dann groß angezeigt und das Selfie-Bild da klein in der Ecke davon. Aha. Und ich finde, es macht richtig Spaß und es geht halt irgendwie darum, also finde ich, so interpretiere ich das, weil das heißt ja BeReal, dass man halt nicht in so einer tollen Insta-Welt und immer, wenn man was Besonderes erlebt und was Tolles und was Schönes. Obgleich du den Rücken durchdrückst, wenn du das sagst. Nee, es hat gejuckt. Ich musste mich hier so unter dem BH kratzen, hier so hinten. Weißt du, wo dieses Schild hier noch am BH ist? Ja. Ich weiß immer gar nicht, ob andere Menschen, die BHs tragen, das abmachen, weil ich denke mir, wenn man das dann nicht ganz abkriegt, dann kratzt das ja erst recht am Rücken. Ich weiß nicht, ich lasse die immer dran. Vielen Dank für diesen wichtigen Sicherheitshinweis. Kein, ich weiß nicht, ob andere Menschen mit BHs, das … Jedenfalls BeReal. Ja, genau. Ich verstehe es halt so, dass es darum geht, nicht immer nur die perfekten Momente oder die ganz inszenierten Momente zu zeigen, sondern ganz spontan halt in dem Moment, was man halt gerade macht. Und zum einen zeigt es auch, ob das Schräge und das Hässliche und das Witzige aber auch und auch das Banale, dass wir halt nicht jeden Tag was Tolles erleben, sondern sehr viele BeReals, vielleicht auch einfach nur drei Tage in Folge oder zehn Tage in Folge sind, dass man voll auf dem Sofa liegt oder kaputt auf dem Sofa. Und ich habe aber noch nicht so viele Leute, mit denen ich mir da folge, gegenseitig bei BeReal, erst so eine Handvoll Leute. Deswegen würde ich einfach ein bisschen Werbung machen, komm, ja, ladet euch mal die App runter und folgt mir auch und ich folge euch zurück. Ich heiße da so wie bei Twitter, Charzarella. Nee, Ad schreibt man da glaube ich nicht. Also Charzarella. Und ja, ich finde es ein ganz witziges Game. Freitag hatte ich eine Beerdigung auf dem Ostfriedhof, nee, also eine Trauerfeier in der Kapelle auf dem Ostfriedhof und die Beisetzung auf dem Westfriedhof. Und da bin ich mit einem Bestatter zusammen rübergefahren zur Beisetzung und dann kam, als wir im Auto saßen. Ja, zum Glück erst im Auto. Ja, ich hatte tatsächlich, nee gut, egal, ich hatte mein Handy halt dabei und natürlich lautlos sind wir rübergefahren. Ich habe natürlich mit dem Bestatter auch geschnackt und dann guckte ich da auf dem Handy und so. Und dann kam das BeReal und dann habe ich erstmal so das Foto so von mir im Leichenwagen quasi gemacht. Das war auch witzig. Samstag kam das, als wir alle auf unseren Ausflügen waren. Ah, beim Deichpot. Und jetzt schließt sich der Kreis. Bitte, Chili. Genau, und während die auf den Ausflügen waren, habe ich Chili vorbereitet. Also meins, ich koche ja traditionell immer das unscharfe Chili für die Leute, die kein Schaf mögen. Danke. Und ich mache es gerne so, dass ich das schon fertig koche und es dann abends nur nochmal heiß mache, weil ich mir vorstelle, dass es dann so einmal richtig durchzieht. Das habe ich gemacht und ein bisschen so rumgehangen. Den Hund, auf den Hund aufgepasst? Ich habe sehr auf den Hund aufgepasst. Ja, das war eine Herausforderung, weil der schon wieder vor der Tür lag und sich da nicht wegbildet hat. Nein, das ist, und dann kamen die halt irgendwann wieder diese Menschen und wir hatten dann irgendwann gesagt, wir machen das Chili für sieben. Und ja, das war so organisch und nice einfach, dass es auf einmal trudelten wieder alle ein und haben sich von ihren Erlebnissen erzählt und wie das denn war. Und dann wurden Fotos gepostet in die Deichpot-Gruppe bei Telegram und das war alles total nice und flauschig und super. Ich habe mehrere Fragen bekommen, also zwei, aber mehrere klingt einfach mehr. Vor allem von Leuten, die so, ja Giesche, kannst du mich in eine Deichpot-Gruppe hinzufügen, also in eine Telegram-Gruppe? Habe ich die hinzugefügt oder wollte ich? Und bekomme dann von Telegram so eine Benachrichtigung, wenn jemand die Gruppe verlassen hat, kann die Person nur über einen Einladungslink wieder hinzugefügt werden. Man kann sie nicht mehr einfach hinzufügen. Ach verrückt. Und dachte ich auch so, ja, ihr wart schon mal in der Gruppe, schön verpisst, aber jetzt wollt ihr auf einmal wiederkommen, ne? So ist es nämlich. Wenn alle schreiben, wir haben die Fotos in die Deichpot-Gruppe. Ja, genau. Alles klar, Freunde. Hättet ihr schön drei Jahre lang durchhalten müssen. So wie wir anderen alle. Und den ganzen anderen Mist durchlesen müssen, damit ihr jetzt, ich habe die trotzdem hinzugefügt. Raife und Sven, schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, das war ein schönes Fest. Junge, Junge. Ja, mit Musik an und schnacken und am Lagerfeuer sitzen und. Ja, Feuer, Licht, Essen. Was man halt so braucht. Zelte überall. Überall waren Zelte. Ich habe mich ein bisschen gefragt, die Nachbarschaft kriegt ja durchaus ein bisschen mit, dass hier ein bisschen Leben ist und Pastoratsgarten und so. Ja, und schon Wochen vorher, wenn wir anfangen, den Rasen zu mähen. Als ob wir Wochen vorher den Rasen gemäht hätten. Naja, doch schon. Warum liegst du? Stückweise haben wir mehrere Wochen vorher angefangen. Gut, Jörn, lass uns über diese Rasen-Garten-Geschichte vielleicht. Aber das ist immer der Schmack in der Nachbarschaft. Einfach die Grasnarbe des Schweigens. Kaum kriegen sie Besuch, machen sie was im Garten, sagen unsere Nachbarn über uns. Holger oder was? Nee, die anderen, die sagen, das ist dann Holger und der sagt es uns. So läuft es. Oh Gott, ich hoffe, die hören den Podcast nicht. Ach, Grüße. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, weil ja hier und da jetzt manchmal Leute aus der Gemeinde oder aus meinem dienstlichen Kontext irgendwie hier auf diesen Podcast gestoßen sind. Und dann sagst du ja, Person X hat die und die Folge kommentiert oder so. Und ich gleich so, nein, 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 was habe ich da gesagt? Scheiße. Oh Mann, ey. Nee, ich dachte, nicht nur das hier, die Apfelbaumwiese, die kleine, die ja zur Kirche gehört, da waren überall Zelte. Und ich dachte, wie witzig das halt, vielleicht wie schräg das ist, wenn jemand dann abends noch mit dem Hund vorbeigeht oder nachts, wo schon einige gepennt haben. Und eine Person hat das ein bisschen geschnarcht auch so. Und du gehst abends mit deinem Hund und dann ist so ein Schnarchen auf einmal so aus dem Kirchengarten. Stehen da so Zelte. Finde ich gut. Ja, weil es auch gut ist. Ja, soviel zum Deichpot. Gibt es nächstes Jahr wieder Deichpot, dann gibt es den Termin auch früher. Ja, im Idealfall. Ja, doch. Nee, wir hatten ja diesmal den Termin nicht so früh, weil man von einem Jahr vielleicht ja noch gar nicht wusste, ob und was und überhaupt. Ja, das stimmt. War es das? Das war es zum Deichpot. Willst du noch hier sitzen bleiben? Du machst es super schnell. Vielleicht habe ich ja auch noch ein paar Themen. Ach so. Willst du gar nicht erzählen? Ja, wir kriegen eine Gastschülerin, ein neues Gastini wird bei uns einziehen. Genau, das wird wunderbar. Wir machen das diesmal über einen anderen Verein aus Gründen und sind akzeptiert worden als Gasteltern, die Trott. Und kriegen eine junge Frau, könnte man sagen, ein Teenager aus Italien. Das können wir schon verraten. Diesmal vielleicht aus Italien. Genau. Das wird super. Wir sind sehr gespannt. Was ich noch erzählen wollte, ich hatte Carsharing-Erlebnisse. Die Stadtwerke Husum bieten jetzt Carsharing an. Es gibt genau zwei Fahrzeuge, die man sich buchen kann und die stehen immer am Binnenhafen bei den Stadtwerken auf reservierten Parkplätzen. Konkret sind das VWi-App und ich hatte zwei dienstliche Fahrten, die ich damit unternommen habe. Eine von Husum nach St. Peter-Ording und zurück am Montag, um das einfach mal zu testen, zu gucken, wie funktioniert alles, wie schnell kann ich fahren, dass es mit der Reichweite hinhaut. Denn ich wusste ja schon, dass ich am Freitag meine beiden Arbeitstermine irgendwie mit einem anderen Auto organisieren muss, weil Gesche halt zwei Beerdigungen hatte und die Fahrten nach Brunsbüttel. Aber sie ist doch einen Leichenwagen dran mitgefahren. Warum brauchte sie das Auto? Ja, warum brauchte sie das Auto? Warum brauchte sie den Auto überhaupt? Ja, warum? Ich musste jetzt zum Friedhof hinkommen. Und zurück und dann zum anderen Friedhof. Ja, genau, deswegen. Ja, und da wollte ich einfach sicher sein, dass ich das alles schon mal getestet habe. Und der erste Test gleich am Montag war ich super zufrieden, weil das Auto halt deutlich über Basis ausgestattet ist. Das hat einen Spurhalteassistenten, Rückfahrkamera, Klimaanlage und sogar ein Tempomat. Und wenn man einsteigt und losfährt, dann wird die Reichweite mit 300 Kilometer angegeben. Das kommt auch ziemlich gut hin. Also habe ich mein Handy mit dem Radio verknuppert und Podcast angemacht und los geht's. In deinen Notizen steht, los geht die wilde Fahrt. Die wilde Fahrt, genau. Danke. Auf der Hinfahrt nach St. Peter bin ich relativ gemächlich unterwegs gewesen, weil ich mich noch nicht so richtig getraut habe. Also eher 80 und Fenster auf und zurück dann ein bisschen zügiger mit Klimaanlage an. Und Klimaanlage einschalten heißt, Reichweite verringert sich um ungefähr 30 Kilometer. Alles in allem hin und zurück habe ich so gut ein Viertel des Akkus geleert. Das deckte sich gut mit der Vorausberechnung. Deswegen war ich da optimistisch, was die Fahrt nach Brunsbüttel angeht. Alles in allem war das ein bisschen ungewohnt, weil wenn man dieses Ladekabel abziehen will, dann geht das erstmal nicht. Man muss nämlich erst nochmal die Zentralverriegelung aufmachen und dann innerhalb von 30 Sekunden das Ladekabel rausziehen. Das wusste ich alles schon von meinem letzten Carsharing, aber ich musste dieses Wissen einfach nochmal wieder reaktivieren. Was? Nichts. Du weißt immer schon vorher, was ich sagen will, weil du meine Notizen liest. Ich liest deine Notizen nicht. Und dann am Freitag bin ich also nach Brunsbüttel gefahren. Das war grundsätzlich alles problemlos, aber es ist halt auch echt weit. 110 Kilometer einfache Strecke und entsprechend habe ich das Auto mit 50 Kilometer Restreichweite abgestellt. Und dann kam, das war dann scheiße, weil diese beiden Autos reservierte Parkplätze haben. Da steht also dran, Parkplatz für und dann das Kennzeichen von dem Auto. Und es steht ein Schild, unberechtigte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Und natürlich stand ein Mercedes-E-SUV auf dem Parkplatz, auf dem ich stehen sollte. Frechheit. Das steht dann nicht mal Frechheit in den Notizen. Wusste ich so, dass du sagen willst. Wusstest du so, ne? Donnerwetter. Ja. Und dann steht man halt da und sagt, okay, was mache ich denn jetzt? Und also habe ich die Anleitung angemacht. So, was mache ich? Es gibt dann FAQ. Was mache ich, wenn der Parkplatz besetzt ist? Da stand, wählen sie diese Nummer. Und ich sagte, guten Tag. Ich soll hier anrufen, wenn der Parkplatz besetzt ist. Dann fragen die mich nach meiner Kundennummer. Also, als ob ich die wüsste. Konnte ich in der App nicht aufrufen, weil während ich telefoniere, ich keine Datenverbindung habe. Es ist kompliziert. Jedenfalls habe ich da dreimal angerufen, weil die unterschiedliche Sachen gesagt haben. Ich habe eine Frage. Dieser Parkplatz, warum sperren die den nicht einfach irgendwie oder so? Ja, sie könnten einfach so einen Bügel hinmachen. Ja, das wäre total schlau. Haben sie aber nicht, weil man könnte ja davon ausgehen, dass Leute lesen können. Also, dieser Mensch ist auch ja um sein Auto rumgelaufen, an dem Schild reserviert für und an dem Schild hier nicht parken oder sonst vorbei und hat trotzdem geladen. Immerhin hat er geladen und nicht nur geparkt. Ja. Jedenfalls konnte ich das Auto dann zwar abstellen auf einem Parkplatz direkt daneben, aber ich konnte halt nicht laden. Weil ich auch gesagt habe, ich fange jetzt nicht an, irgendwie kreuz und quer durch die Stadt zu fahren zu einem der anderen Ladepunkte. Denn dann müsste ich mir ein Taxi nehmen, um nach Hause zu kommen, weil die alle nicht fußläufig von uns sind. Und entsprechend müssen die sich dann darum kümmern. Also, grundsätzlich finde ich diese Idee Carsharing mit diesen Autos hier in Husum sehr gut, weil die halt über Carsharing Deutschland buchbar sind. Das bedeutet nämlich, dass ich auch außerhalb von Husum Carsharing nutzen kann. Zum Beispiel in Kiel, in Lübeck oder in anderen Städten. Das heißt, ich kann dann häufiger mal mit dem öffentlichen Personennahverkehr irgendwo hinfahren und dann rechtzeitig ein Carsharing dort buchen. Entsprechend haben wir weniger Kilometer auf dem Verbrenner zu Hause, beziehungsweise der ist dann ja auch hier nutzbar, wenn ich unterwegs bin. Das ist was sehr gut ist. Das Schlechte daran ist aber, es ist eigentlich zu teuer, als dass es als Ersatz fürs eigene Auto funktionieren könnte. Denn, also wenn ich jetzt einen Arbeitsweg hätte, den ich immer zu Fuß oder mit dem Bus oder Zug machen könnte, dann könnte man sagen, wir machen kleinere Einkäufe mit dem Fahrrad oder zu Fuß und den Wohnwagen würden wir nicht ziehen. Also sprich, wenn wir nur für einzelne Fahrten ein Auto brauchen würden, dann wäre das eine Option. Der Wohnwagen ist das Hauptproblem. Der Wohnwagen ist das Hauptproblem, das gegen ein E-Auto spricht oder gegen ein Carsharing. Ja, also dementsprechend gibt es Carsharing für mich eher als Einzelfahrt, wenn wir beide ein Auto brauchen und perspektivisch halt dann doch lieber auf Kurzstrecke, damit ich nicht so nervös bin dabei. Weil, wenn man so sieht, wie die Restreichweite zusammenschrumpft auf dem Weg nach Hause, dann macht einen das schon so ein bisschen nervös. Also schon, ich war noch nicht mal in Brunsbüttel, da war die Akkustanzanzeige schon knapp unterhalb und ich dachte so, okay, ich musste ja auch noch 110 Kilometer zurückfahren. Wird das denn reichen? Knapp unterhalb war es? Der Hälfte. Achso. Knapp unterhalb der Hälfte. Du hast nur gesagt knapp unterhalb. Der Hälfte. Du schneidest das bestimmt nachher so, wie du es gesagt hättest. Achtet noch, spult nochmal zurück. Ja, spult zurück, nehmt euren Bleistift. Bohrt den Bleistift durch euer Handy und dreht das Handy so am Bleistift im Kreis, wie wir das in den 80ern gemacht haben, um zurückzuspulen, damit ihr hört, dass ich... Und da war der Akkustandanzeiger schon unter der Hälfte. Unter was? Der Hälfte, habe ich doch gesagt. Entschuldigung. Ach. Was auch immer. Mit dem Bleistift ins. Das ist witzig. Ich weiß. Wie Kassetten, das ist witzig, weil früher hat man das... Da hat man seine Podcasts auf Kassetten aufgenommen und die an seine Freunde verschickt. Ich hatte immer so ein Diktiergerät, so ein kleines Diktiergerät. Ja, und was hast du da aufgenommen? Ich weiß nicht, einfach engen Scheiß gelabert in der Schule mit Leuten. Mit Steffen Kruse. Grüße gehen raus. Auf der Klassenfahrt auf Sylt. Hätte mir irgendeinen Quatsch auf mein Diktiergerät gelabert. Mie Kyung hat jetzt ein bisschen koreanisch zählen beigebracht. HANA, TOO, SET, NET. So. Ja. Das hatte ich alles auf dem Diktiergerät. Steffen Kruse war ein guter. Es ist richtig langweilig, das zu erzählen. Und doch möchtest du immer in meinem Podcast sein. Apropos langweilige Sachen erzählen, kann ich kurz... Klar. Ich hätte ein Gespräch mit dem... Ich möchte noch zwei Sachen zum Deichpad nachreichen. Ja. Das eine ist, dass sie auch täglich getestet haben oder uns haben... glaubhaft vermitteln lassen, dass die Leute sich täglich testen. Immer wenn... Wo wir unterwegs waren mit den Leuten, die drinnen haben, die Maske aufgesetzt. Ich fand das sehr angenehm, dass man auch eine Veranstaltung machen kann. Und immer noch einfach vorsichtig ist und Rücksicht nimmt und aufpasst. Und dadurch einfach trotzdem zusammen so relativ entspannt feiern kann. Und alles war draußen. Und die Pandemie ist noch nicht zu Ende. Und trotzdem möchte man leben irgendwie und schöne Dinge machen. Und fand ich ja ähnlich wie beim Podstock auch hier bei uns in einem kleinen Rahmen gezeigt, dass das auch geht. Dass man auch im privaten Rahmen alle irgendwie sich einig waren, dass man das so... Dass es okay ist, das so zu handhaben. Das fand ich sehr schön. Dann hatte ich ein Gespräch mit jemandem. Mit einem lieben Menschen, der... Ich glaube, es war mir halb im Scherz so. Meinte, er hätte ja keinen Podcast, weil er ja nichts... Nichts so Spannendes erleben würde und so. Und das stimmt bei ihm nicht. Der hätte, glaube ich, schon sehr... Der hätte viel zu erzählen. Aber ich habe dann trotzdem darüber nachgedacht. Und wollte dich mal nach deiner Meinung dazu fragen. Glaubst du, dass... Ob man jetzt einen Personal Podcast machen kann, der auch Leute interessiert und sich... Ein paar Leute anhören, ist ja egal. Ob es zehn Leute sind oder hundert oder so. Glaubst du, das hängt wirklich daran, ob jemand ein interessantes Leben hat, in Anführungszeichen, und super viel verschiedene Sachen erlebt? Oder glaubst du, dass eigentlich jeder Mensch, wenn er Bock hat zu erzählen, egal wie sein Leben ist, einen Personal Podcast machen könnte und Leute das auch hören würden? Ja, klar. Ah, cool. Also ich glaube, es ist wirklich mehr so dieses Mindset von... Ich setze mich hin und sitze in meinem stillen Kämmerlein und rede in einem Mikrofon. Das muss man halt mögen. Und es gibt Leute, die das können oder denen das nichts ausmacht, das zu tun. Und es gibt Leute, denen das einfach nicht liegt. Die machen das dann auch in der Regel nicht. Also es gibt Leute, für die ist das ein richtiger Angang, sich hinzusetzen und von ihren Erlebnissen in der Woche zu erzählen. Oder halt auch über irgendein Thema. Es muss ja noch nicht mal unbedingt ein Personal Podcast sein. Ja, aber ich meinte jetzt speziell bei Personal Podcast mit... Also fand ich jetzt speziell diesen Aspekt einfach interessant. Weil ich glaube schon, dass jeder Mensch interessant ist. Also klar gibt es Leute, die haben vielleicht einen super abwechslungsreichen Job oder haben irgendwas Krasses erreicht in ihrem Leben. Und da ist man dann mehr fasziniert oder schneller fasziniert von den Leuten oder hört sofort zu und so. Aber ich hatte auch mit einem anderen Freund mal so eine Diskussion, weil der so nicht für alle Menschen sich so interessiert. Der ist halt mehr so... Ich sage keine Namen, aber manche von euch wissen, wen ich meine... Und der ist halt so, wenn er jemanden nicht interessant findet, dann stellt er dann auch keine Fragen und dem ist das so egal. Und ich glaube halt, dass es eigentlich... Nee, nicht eigentlich. Ich glaube, dass jeder Mensch interessant ist und man von jedem auch was lernen kann und entdecken kann. Ja, und wenn es einfach nur die persönliche Sichtweise auf die Welt ist. Ich meine, ich erzähle jetzt ja auch nicht irgendwie die ganze Zeit nur von meiner Arbeit im Podcast. Das kommt auch mal vor, aber es ist ja nicht der Hauptteil dessen, was ich hier mache. Und es gibt aus irgendeinem Grund Leute, die das gerne hören und die da Spaß dran haben. Und ich bin ganz überzeugt davon, dass es eine ganze Menge von Leuten gibt, die das auch machen könnten und die auch ihre Zielgruppe finden würden. Also ich höre jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Personal Podcasts, aber ein paar sind es schon. Und gerade wenn es jemand ist, den ich vielleicht auch mag, den ich auch kenne. Es hängt an Sympathie auch immer im Endeffekt. Ja, natürlich hängt es an Sympathie. Also ich nehme an, dass ein Großteil der Menschen, die meinen Podcast runterladen, nicht jedes Mal beim Hören davor sitzen und mit ihrem Handy schimpfen und sagen, was erzählt der Idiot denn da schon wieder? Ich hasse den. Und das trotzdem runterladen und anhören. Sondern, dass das schon auch irgendwie mit denen resoniert, dass das irgendwie, was ich erzähle, denen halt irgendwie gefällt aus irgendeinem Grund. Es ist ja egal, aus was für einem Grund. Und das kann… Auf jeden Fall zum Einschlafen. Ja gut, das klappt halt nicht immer. Oder so Anger-Management, dass man… Frau Blödsinn. Was? Egal, Benni, vergiss einfach. Nee, aber so… Nee, ich dachte, wenn die sich dann aufregen und dann lernen sollen, sich nicht drüber aufzuregen. Über das, was ich erzähle. Oh Mann, ich bin auch durch jetzt. Hier, neue Hei-Alarm-Podcast-Episode. Ja, Benni, Jill und ich haben uns nochmal Sharknado angeguckt. Oh, das ist aber schon ein bisschen her, dass Jill auch immer hier war, ne? Ja, das ist ja der Trick an der Sommerpause. Wir haben uns ein Wochenende hier getroffen und haben drei Folgen aufgenommen und die dann jeweils eine pro Monat veröffentlicht, damit wir halt seit Juni haben wir keinen Hei-Alarm mehr neu aufgenommen. Ihr seid so schlau. Hättest du es mit Marco auch gemacht, ne? Mit Camping-Caravan-Podcast, anstatt eine Zehn-Stunden-Folge zu machen, hättet ihr auch ein bisschen vorproduzieren können. Ja, natürlich hätten wir auch jeweils unseren Urlaub auf fünf Podcast-Folgen ausdehnen können oder auf zehn. Natürlich. Ihr habt ja die ganze Zeit meinen Garten blockiert, als ihr da gesessen habt. Ja, und du hast unseren Podcast gekapert, als wir da gesessen haben. Nein, ihr habt in meinem Garten gesessen. Was soll ich machen? Woanders sein. Drinnen, in deinem Haus. Aber es war schön draußen. Ja, deswegen saßen wir auch draußen. Und du warst da auch. Ja, das stimmt. Gastauftritt, Discuss-Podcast. Genau. Der Jan Fredebeul hat mich gefragt, ob ich in seinem Podcast Discuss auftauchen möchte, um mit mir über meine Arbeit zu sprechen. Und ja, das haben wir gemacht. Die Folge kam irgendwie Anfang der Woche raus, ist inzwischen auch schon in der Gastauftrittskuration bei FÜD. Wir haben über Journalismus gesprochen, über ein bisschen Politik über Schleswig-Holstein, ganz viel über Gendern. Das war ihm offenbar ein Anliegen. Und den Link dazu gibt es in den Show Notes. Ich habe mich ja jetzt ein bisschen für generisches Maskulinum entschieden. Wegen Gendern jetzt. Ich finde das, so geschrieben und in manchen Kontexten finde ich es okay, auch mit Gendersternchen. Aber im normalen Reden, also manchmal stört das mich auch, muss ich sagen. Ich finde auch generisches Maskulinum legitim. Das ist meine Meinung dazu. Ja, also ich sage mal, in den meisten Gesprächen, die ich so führe, die nicht irgendwie öffentlich sind sozusagen, Unterhaltung, da gendere ich meistens auch nicht. Aber in meinen Radiobeiträgen und in vielen Podcast-Episoden halt doch. Ja, genau. Finde ich auch okay. Genau, wenn wir uns jetzt unterhalten, würden wir ja normalerweise nicht sagen, ey, wollen wir am Wochenende ein paar FreundInnen einladen. Oder? Also wir haben auch gar keine, die wir einladen könnten. Wir hatten gerade 30 Leute hier. Ja. Das waren die Bekloppten aus dem Internet. Das ist anders. Was? Anders. Die Teichpottis. Ne, so, ne, das ist im Ernst, das würden wir ja nicht, also ich würde das nicht sagen. Nö, ich weiß, dass es Leute gibt, die das tun. Ja, und das ist auch völlig okay. Da habe ich auch nichts gegen, aber ich halt nicht. Aber auf der anderen Seite ist es im Gemeindeprief oder wegen, keine Ahnung, Konfi-Eltern anschreiben. Gut, ich schreibe dann eher Konfis einfach, aber schreibe ich auch KonfirmantInnen oder so, ne? Oder mal eine Ansprache von der Rede oder so. Ja, so wollte ich, aber wie kamen wir darauf? Das war Teil des Podcasts. Worum ging es da noch? Ja, habe ich doch gesagt, es ging um meine Arbeit, um Schleswig-Holstein, um Politik und Gendern und Journalismus und so. Okay, cool, 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 cool. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte. Könnte ich auch noch was zu erzählen? Ja, dann los, dann erzählen. Nee, ich habe ja bei den Kollegen aus Sylt gestern, ganz, ganz liebe Kollegenpersonen aus Sylt getroffen in Kusum. Nee, ich weiß nicht, vielleicht ist ihm das auch gar nicht so recht, wenn ich hier so Kirchenkreis liebe. Aber es stand schon in der Zeitung, dass die Sylter Kirchengemeinden über die Lindner Hochzeit streiten. Es stand im SAZ hinter der Paywall, ich würde es verlinken. Ach, das habe ich gar nicht gelesen. Ja, das war spannend. Also ich kann das sagen, ich habe Simon getroffen. Ich werde jetzt nicht so viel aus dem Gespräch erzählen, weil das ist ein bisschen doof. Simon Ullrich, der auch mal… Der Bruder von Benni aus dem High-Andern-Podcast. Richtig. Und Simon hatte auch noch so einen kurzen Moment fame am Anfang der Pandemie, weil er hatte was online gestellt auf YouTube. Mit so einer Handpuppe, mit so einem Vogel oder so. Wurde dann im Talar so online, das war auf YouTube. Im Kindergottesdienst oder sowas, ne? Genau, und ein kleines Stück davon war bei Böhmermann in der Sendung und dann ist das einfach natürlich total hochgejazzt und so. Und die ganze Kirchenbubble, die einen dann halt so, oh, peinlich, peinlich, so präsentiert sich Kirche. Und die anderen, wo ich auch eher so hinterstehe, sagt, wieso, komm, ist doch lustig. Der hat nichts Schlimmes gemacht, der hat ein bisschen Quatsch gemacht mit seiner bunten Puppe. Man darf auch mal, gerade mit Kindern sich auch mal ein bisschen zum Affen machen, sage ich mal so. Genau, das haben vielleicht manche damals mitbekommen von euch. Das ist Simon und der ist ja, wie gesagt, eben aus Sylt. Und ja, war interessant, der hat doch ein bisschen da von den Punks und so erzählt, was da los ist, weil ja einige davon jetzt ein Camp auch vor der Kirche haben. Ja, das war einfach interessant, ein bisschen Hintergrundinformation. So, dass es insgesamt organisatorisch und rechtlich auch recht kompliziert ist, weil das zwar Kirchengrundstück ist, aber so auch irgendwie halb öffentlich. Also die Gemeinde kann da auch nicht einfach jetzt sagen, ihr bleibt jetzt hier oder ihr geht oder so. Und da läuft sehr viel Kommunikation und auch nicht immer ganz Gelungene zwischen den verschiedenen Zuständigen da. Und da ist ordentlich was los. Und Lindner Hochzeit. Genau, das war mir jetzt wichtig, dass es eben in den letzten zwei Minuten nicht um die Lindner Hochzeit ging. Wo die Kirchengemeinde nicht sagen kann, ihr geht jetzt bitte weg. Ja, auch das. Eine Sache, ich glaube, ich kann das tatsächlich sagen. Ich denke, das wäre auch für Simon in Ordnung, wenn ich das hier so sage. Ich war ja ein bisschen ambivalent auch mit dieser ganzen Lindner Hochzeitsgeschichte. Ich kann die Leute verstehen, die dann zu mir sagen, Gishe, der hat doch Kohle ohne Ende und ist ausgetreten. Und der kann, der kriegt alles so, sage ich mal, was Mitglieder auch bekommen. Wofür bin ich noch in der Kirche? Und ich muss vielleicht auf mein Geld achten, aber ich zahle Kirchensteuer, weil mir das wichtig ist. Und so ein blöder Lindner, der, ich kann das verstehen und ein Stück weit sehe ich das auch so. Und ich war halt auch ein bisschen unsicher, ob es da nicht so einen Promi-Bonus gibt. Und Simon, der ja auch die Kollegin kennt, die eben die Lindner Hochzeit da, den Traugottesdienst gehalten hat. Ich habe ihn dann gefragt, ich sage, Simon, jetzt mal ganz ehrlich, wenn da jetzt irgendein Nobody, irgendein Ehepaar aus, weiß ich nicht. Besterbüdel steht in der Deichhausen. Oder noch nicht mal Schleswig-Holstein aus Bottrop oder so kommt und sagt, ja, wir sind ja nicht, wir sind gar nicht in der Kirche, aber wir waren schon mal auf Sylt und wir finden das ganz schön, können sie uns vielleicht trauen kirchlich und so. Würde die Kollegin das machen, sage ich mal ganz ehrlich. Und Simon und ich, wir kennen uns lange und ich vertraue ihm auch und so. Er sagt, ja, ganz ehrlich, das würde sie machen. Sie ist, das ist so. Sie ist so für die Menschen da. Und das ist, auch wenn jetzt jemand anderes kommt, auch wenn der ausgetreten ist, sie würde sich immer Zeit nehmen für die Menschen. Klar, natürlich kriegt das irgendwann, Dinge kriegen Grenzen. Es gibt ja auch so Hochzeitskirchen, die das nicht leisten können, weil alle da heiraten wollen, weil es so schön ist. Aber er sagt grundsätzlich, ja, würde auch die Kollegin, die die Lindner Hochzeit angenommen hat, das auch für andere Leute machen. Und das hat mich nicht so überzeugt, wie er das gesagt hat und, ja, fand ich gut einfach. So ein bisschen dieses, trotzdem insgesamt unglücklich, wie das alles gelaufen ist. Auch die Öffentlichkeitsarbeit vom Gemeindekirchenkreis Nordkirche vor allem auch, war da nicht so gelungen leider. Es ist halt so, wir dürfen Kasualien jetzt machen für Ausgetretene, weil es diese Erprobungsphase gibt. Und das wissen halt natürlich die meisten nicht. Es ist kompliziert, aber wie auch immer, du wolltest sagen, dass er zurücktreten soll und der Podcast hiermit für heute auch. Genau. Mein Gott, die Alte redet wieder viel. Unabhängig davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis hier eine weitere Folge erscheint von Jan Schaafsfein Podcast. Bis bald. Tschüss. Sehr gut. Bis bald.